Hallo! Hallo! Schweizerdeutsch Schweizer Hallo Leute! Hallo! Also Punkt 1 Hochdeutsch kein Plan, Schweizerdeutsch können wir besser Punkt 2 Deutschlehrer brauchen wir nicht zu Impfen am Rande Ja Keine Ahnung Auf jeden Fall Wir haben in der Schule nie aufgepasst Wie es aussieht Darum kennen wir uns nicht so gut Also Kommen wir zu euren Fragen und Antworten von uns Also Fatusch Smile Wie habt ihr euch kennengelernt? So Wir haben uns kennengelernt über Facebook Facebook Mark Zuckerberg Unser Held Unser Psy So Zeitfrage Katrinakrz Wer seid ihr? Also ich werde in 2 Wochen werde ich 22 Jetzt momentan bin ich 21 Nein 20 Mit dem Kopf 7 Du gibst es zu Danke 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 Also Ich bin 21 Entschuldigung Robert Pakamera Ich bring dir Also weiter Also Wer ist jetzt? Merlinda Dadudi Wann wollt ihr Kinder haben? Kind Nummer 1 Bin ich Mein größtes Kind Wow Keines mehr Nee nee Also Ehrlich gesagt Steht im Plan Ja Und ja Kein Plan So ist es So Mehr Sagen wir auch nicht darüber So Und Dona Leschi 1 Aber bitte Hochdeutsch Und nicht Schweizerdeutsch Hihi Wir versuchen es Danke Also ich gebe mein Bestes Ich versuche alles So Deine Frage war Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt Pfff Arschloch Umströmung Also Zensur 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 Wir sind seit 31.01.2011 zusammen Das heißt bald schon 5 Jahre Sehr lange Kündigung Nein So Die nächste Frage Hast du Hast du Flan 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 Sag Tschüssi So das Beantworte ich jetzt auch auf Albanisch Sie redet Albanisch Weil Ich Also wo ist er gekommen? Wir reden mit Meir, Tai Und so weiter Skub Skub Yeah Nee Eben dann sagen wir Sie macht mehr auf Albanisch Weil sie redet mit Mir Sie ist Wie sagt Prechse Ja So Also So 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 Ich kenne die Barsch. Nachdem wir im Theater stehen, ich bin ein Bestiag. Ich bin ein Paar. Ich bin ein Paar. Ich kenne, hast du wieder Jona... Jona Laiji. Jona Laiji. Liebe Grüße! Ja, wir grüssen dich. Hallo! So, ich liebe euch. Wir kennen dich nicht, aber wir dich auch. Genau. So, Esch... Blerona. Wollt ihr mal Kinder? Ja, das ist ja. Wenn ja, wie viele? Ihr seid sehr süß. Danke. Also wenn ja, wie viele? Ich sage 2-3. Du bist nachher schön so. Aber ja. Ja, 2-3. Optimal, sagen wir mal. Also er wollte... Er wollte mal eine Fussballmannschaft haben. Sie ist schön. So. Gabusch. Grüßt mich bitte. Ihr seid die Besten. Auch Dankeschön. Wir grüssen dich sehr. Grüß an Gabusch. Und ich wünsche euch alles, alles Gute weiterhin. Dankeschön. Und nun zu meiner Frage. Wollt ihr mal Kinder und wieviel? Das haben wir ja vorhin beantwortet. Zu 2-3. Maximum. Und Kinder ja. Und natürlich. Was ich weiss... Rabia Mila. Was macht ihr beruflich? Also für die Schweizer, die wissen bestimmt was Polymechaniker ist. Das bin ich. Polymechaniker ist für die Deutschen, sagen wir mal so, CNC-Maschinen. Dreh und fräsen. Metallarbeit. Also ich muss nur Programmieren und den Rest... Drecksarbeit. Nein, nein. Ich liebe meinen Beruf. Also... Ja eben. Polymechaniker. Und ich bin beruflich Friseurin. Genau. Tschau. Tschau. Schön. Bart. Und ja. Ich liebe natürlich auch meinen Beruf sehr. Aber zur Zeit ist es so anstrengend Weihnachten. Also love, love, love me. Woher kommt ihr? Also ich komme aus Flavien. Ursprünglich aus Wien. In einem Schweizer Dialog. Kanton St. Gallen. Und ich von Oberjet im Rheintal. Die Schweizer kennen uns natürlich. Und ja von... Ich komme von Mazedonien. Sarai. Und ich bin... Schub Sarai. Ja genau. Und ich komme unten von Peugeot. Ja. Sicher? Ja. Wir sind seit sieben Jahren ausgezogen nach Ceylan. Aber... Ich war halt mehr dort in Preugeot. Weniger in Ceylan. Und habe auch meine ganze Familie dort. Darum zieht es mich schon mehr an. Ich habe keine Fragen. So. Sorry Leute. So viele Sachen hier. Drilon.02. Nein. Nein. Das ist keine Frage. Aber das ist Triton. Ah ok. Sorry Triton. Nein. Drilon. Aber als Triton nicht kennen. Ah schon. Ok. Sabine Deluxe. Ich habe keine Frage. Ich finde euch einfach mega süss. Wie goldig ihr seid. Unglaublich. Ich wünsche euch viele, viele, viele glückliche Jahre. Und möge die Sonne immer in eurem Leben scheinen. Grüße aus München. Ach dankeschön. Sehr süss geschrieben. Und viele Grüße natürlich zurück aus der Schweiz. Danke dir. Echt süss. So. First.Lady Timo. We houseplants.